Heute gibt's ein kleines Extra-Video von mir und zwar von dem Digimon-Manga Mini-Digimon-Geschichten der Royal Knights. Denn gerade heute sind verschiedene Digimon-Comics erschienen, beziehungsweise eigentlich Manga und die ersten Chapter halt davon. Einige davon sind halt wieder von Fans, die gewonnen haben und die sollen wohl vier Chapter bekommen. Und einer ist natürlich auch von Tenya Yabuno, der ja schon durch Digimon Adventure V-Tamer 01 und Digimon Dreamers bekannt sein dürfte. Ob er jetzt auch nur vier Chapter bekommt, weiß ich gerade nicht, aber da seiner nun mal eher offiziell ist, habe ich mir gedacht, mache ich dazu ein kleines Video. Allerdings erwartet jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie etwas wird wie in Richtung V-Tamer mit sehr viel Action und mit einer gut durchdachten Story. Es ist eher so in Richtung Dreamers, eher so zum Schmunzeln. Grundsätzlich wirkt es so, als ob es immer nur so zwei Seiten lang wäre mit einer Geschichte, aber das Ganze gehört halt zusammen. War im ersten Moment ein bisschen verwirrend, aber liest sich halt trotzdem ganz gut. Und ja, es geht halt eben um die königlichen Ritter, wobei jetzt eher Dynasmon und der eben auf Vanyamon trifft. Vanyamon ist halt eben nicht nur ein Ausbildungs-Digimon, sondern es benimmt sich eben doch so. Im Japanischen ist es ja Baby 2 und es ist halt sehr kindlich und ein bisschen albern. Und Dynasmon ist halt dann natürlich ziemlich ernst und so und ja, versucht sich mehr oder weniger um Vanyamon zu kümmern, ist aber natürlich ziemlich genervt von dem Digimon, was ich durchaus verstehen kann. Das Ganze ist natürlich eher in Richtung japanischer Kinderhumor und man sollte es natürlich nicht zu ernst nehmen. Was mir allerdings sehr gefallen hat, abgesehen von den einfachen, doch netten Zeichnungen, ist, dass Dynasmon hier einfach mal der nette Typ ist. Er versucht zwar in der Fahrt zu machen, ist es aber nicht, beziehungsweise es fällt ihm gegenüber Vanyamon nicht leicht, denn in Digimon Frontier und auch in Digimon Savers, da war er ja nun wirklich eher so der Böse, könnte man sagen. Und von daher ist das erste Chapter bis jetzt, würde ich sagen, schon ganz nett und man kann erwarten, dass es halt natürlich auch so weitergeht, ist klar. Und dass man hier und da natürlich auch nochmal schmunzelt und ja, natürlich wird man wohl auch die anderen königlichen Ritter noch sehen. Am Ende tauchte bis jetzt nur Magnamon auf und im Prinzip kann man es sich so ähnlich vorstellen wie Rock Lee SD. Also es ist einfach nur reine Comedy, aber so für zwischendurch, da es ja nur 14 Seiten und sehr wenig Text hat, ist es für den einen oder anderen vielleicht gar nicht mal so schlecht.